Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Caso Style. Mein Name ist Billika und ich begrüße euch hier zu der Autovorstellung des Alfa Romeo C4. Ja, der eine oder andere weiß schon, der Alfa Romeo C4 Spyder ist draußen, aber ich stelle euch heute mal das alte Modell vor. Viel Spaß dabei, liked, teilt, kommentiert das Video und vergesst nicht zu abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.